Hallo Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales und der Nate, der dreht sich auch schon um, um euch zu begrüßen. Ja, wir sind in Part 46 und es ist ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Ähm, das tut mir leid, aber ich bin irgendwie nicht so richtig dazu gekommen, ähm, in letzter Zeit wieder The Book of Unwritten Tales aufzunehmen. Das hole ich jetzt nach, allerdings, ähm, wird das nicht mit Facecam passieren. Aus Zeitgründen kann ich leider The Book of Unwritten Tales, ähm, in nächster Zeit nicht mit Facecam machen. Ihr ahnt ja gar nicht, wie viel Zeit das frisst, wenn man wirklich, ähm, die Sachen mit Facecam macht, weil, ähm, also vor allem so wie ich es mache, weil es einfach ewig dauert, diese, ähm, Folgen zu schneiden, also wirklich die Facecam reinzuschneiden und wieder wegzublenden und so weiter. Das dauert, na, sagen wir mal, nochmal fast doppelt so lange, als wenn ich die weglasse. Also ich muss mir die ganze Folge anschauen, ich muss schneiden, also das dauert mindestens die Zeit der Folge plus nochmal eigentlich die Hälfte der Folge drauf. Das ist, ähm, ja, könnt ihr euch ja ausrechnen bei einer Dreiviertelstundenfolge, zum Beispiel jetzt, gut, die meisten Folgen sind kürzer, aber, ne, dauert es halt eine Dreiviertelstunde. Und sonst, wenn ich keine Facecam drin hab, kann ich das einfach direkt rendern und fertig ist. Ja, ähm, ich möchte euch nicht länger warten lassen, deswegen machen wir das jetzt ohne Facecam. Ist aber kein Problem, es ist ja eh ohnehin ein Point-and-Click-Adventure und, äh, ich denk mal, das ist schon soweit in Ordnung. Ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben gerade den Pilz eingefärbt, den Pilz für die Kuh, denn der Taurende möchte ja einen Geisterpilz haben. Und wir haben den Pilz, das ist eigentlich ein ganz normaler, stinknormaler Pilz, und wir haben den, äh, eingefärbt mit den Farben, die wir gefunden haben. Und verkaufen die Kuh jetzt, verkaufen den Pilz jetzt der Kuh für, äh, einen Geisterpilz. Obwohl er das gar nicht ist. Ja, ich hoffe, dass, äh, sie das nicht merken wird. Das Problem ist jetzt, dass noch, ähm, wir sprechen, lassen Nate mal das Ding angucken. Die Pilze sehen schon mal aus wie Geisterpilze, aber sie riechen noch wie ganz gewöhnliche Pilze. Ganz genau. Um als Geisterpilze durchzugehen, müssen sie verfault und moderig riechen. Ja, ganz genau, Nate. Wir müssen jetzt noch einen Modergeruch an die Pilze, an den, an den Pilz, ähm, dran haften. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal nach oben. Und ich hab schon, auch schon so eine Idee, wo wir diesen Modergeruch herbekommen. Vielleicht kann uns ja einer von den Zombies helfen. Gucken wir doch mal beim Anführer der Untoten. Aber der sieht, hm. Ah, der Lebende. Ihr seht irgendwie nicht so aus, als hätte der, äh, Modergeruch an sich. Okay, nee, das hatten wir schon. Ich muss weiter. Mach's gut. Dann fragen wir doch mal Gulliver und... Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Und Esther. Ah, hier. Diese Pilze müssten moderig und verfault riechen. Hört mal. Ihr kennt euch doch mit unangenehmen Gerüchen aus. Ach. Na klar. Habt ihr eine Idee, wie ich diese Pilze moderig und faul stinken lassen kann? Ah, nein. Oh Gott. Hey, jetzt mal? Das wird reichen, danke. Gern geschehen. Oh, okay. Oh, egal. Ich muss weiter atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Ja, 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 ja. So. Ähm, okay. Ähm, ja, Nate, begutachte doch noch mal den Geisterpilz. Das sind ziemlich gute Geisterpilz-Imitationen, würde ich mal sagen. Sie sehen aus wie Geisterpilze und stinken nach dem kalten Griff des Todes. Auf Seelenwanderschaft wird der Schamane damit wohl nicht gehen können, aber das wird ihm mal ganz gut tun. Ja, genau. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass er mal, äh, mit dem Pilze-Essen, mit dem Magic Mushrooms-Essen ein bisschen aussetzt. Okay, dann gehen wir doch mal direkt hin und geben ihm mal den Pilz. Hier, mein guter. Schau mal, Geisterpilze. Und? Ah, hervorragend. Und was für ein kräftiges Aroma sie haben. Ja. Ja, und? Rauchende Büffel soll man nicht stören. Ja, wie? Rauchende Büffel. Was soll das denn heißen? Ich dachte, der hilft uns jetzt. Ach, nö. Ja, wahrscheinlich müssen wir ihn konkret auf irgendwas ansprechen. Wenn wir jetzt nochmal hingehen, ist er dann fertig mit Rauchen? Rauchende Büffel. Nee. Okay. Ja gut, dann müssen wir erstmal woanders weitermachen. Ähm. Was ist das hier eigentlich? Das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Ist das irgendwie so eine Antenne oder sowas? Was, 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 also zumindest, sieht da ein Kabel rein? Gucken die Fernsehen in der Gruft oder? Ja, okay. Ähm. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt immer noch an die restlichen Kriegerset-Teile kommen. Beziehungsweise, wir haben noch kein einziges, ne? Hält mir gerade so auf. Ähm. Ja. Wie wär's denn? Ich geh jetzt nochmal zu den Ogern. Weil irgendwie hab ich das Gefühl, wir haben da noch nicht alles fertig. Sprechen einfach nochmal mit denen. Weil irgendwie müssen wir ja an die Sachen von denen kommen. Hier. Der hat doch... Wir sprechen einfach mal... Gucken nochmal den Teller an. Der Schild ist mit allerlei unappetitlicher Ogernahrung garniert. Den Ogern ist wohl gar nicht klar, dass sie dafür einen wertvollen Schildzweck entfremden. Mhm. Okay. Irgendwie muss ich die Ogern ablenken und das Essen loswerden. Der Schild ist mit aller... Okay. Wir sprechen nochmal mit dem Hungrigen. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Okay. Wir gucken nochmal... Wir sprechen hier nochmal auf den Teller an. Du musst großen Hunger haben, Grump. Das ist ein sehr, sehr großer Teller, den du da hast. Grump, großen Hunger. Warum bittest du Zloff nicht noch einmal freundlich darum, dass du deinen Teller leer essen darfst? Zloff nicht erlauben. Und Zloff kann Kettenblütze. Er kann sich wehren, meinst du? Mhm. Und solange er das Buch liest, darfst du eure Hände nicht benutzen? Mhm. Hm. Okay. Du bist doch ein cleveres Kerlchen, Grump. Grump? Ähm, kann man Zloff nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Zloff immer nur lesen, bis Buch zu Ende. Und nichts hält ihn vom Lesen ab? Hm. Zloff gerne Cocktails trinken. Oh, Cocktails. Mh. Mh. Okay. Und dann? Er kann schnell betrunken. Du meinst, er verträgt keinen Alkohol und ist dann zu betrunken, um weiterzulesen? Hm, interessant. Hm. Wirst du auch schnell getrunken, Grump? So wie Zloff? Nein. Grump kann viel mehr trinken als wie Zloff. Grump, echter Kerl. Ja. Aber ihr teilt euch doch einen Körper. Ja, und? Auch nichts. Vielleicht haben die zwei Mägen. Ach, Nate, du hast doch keine Ahnung von Ogre-Anatomie. Ähm. Okay. Ja, gut. Ähm. Okay, was heißt er? Hä? Ja, wobei, sie müssten da natürlich auch zwei... Ja, gut. Ja, wenn sie sagen, sie zwei Gehirne haben. Irgendwie finde ich das ganz logisch, dass einer mehr verträgt als der andere. Naja, egal. Ähm. Ähm. Okay, was hältst du? Ja, ein Ogre-Cocktail. Finde ich eine gute Idee, Nate. Ich könnte euch einen Ogre-Cocktail machen. Was hältst du davon? Grump mag Bier. Ja, schon. Aber der Cocktail ist ja vor allem für Zloff. Warum? Damit er betrunken wird. Und dann? Dann kannst du deinen Snackdog wegputzen. Ach. Oh. Okay. Oh, Mann. Ja, dass Grump ein bisschen einfältig ist, dürftet ihr ja auch schon bemerkt haben. Ähm. Okay. Fragen wir doch mal. Also, was gehört alles in einen guten Ogre-Cocktail? Alkohol. Alkohol. Okay. Und sonst? Ein Schirmchen. Ein Ogre-Cocktail besteht einfach aus Alkohol? Und Schirmchen. Und? Was für Alkohol? Wein? Schnaps? Egal. Muss tüchtig drehen. Also, hochprozentiger Alkohol in einem Glas mit Schirmchen. Affiniert. Menschlein kann in Höhle suchen. Oh. Habt ihr da die Zutaten? Hm. Ja, das ist so geil. Das hört sich irgendwie so ein bisschen nach dem Tiefseetor an, den der Leitchi und ich in Göttingen getrunken haben. Das ist auch eigentlich nur hochprozentiger Alkohol. Oh Mann, ey. Ja, ja, ja. Nein. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt die Erlaubnis, hier in der Höhle zu gucken. Und da das Schirmchen ja... Ich muss los, mein Magenknoll. Hunger. Ja, ach Grump. Grump tut mir irgendwie leid. Äh, ja. Wir haben ja jetzt die Erlaubnis, hier nachzugucken. Und da ein Schirmchen offensichtlich extrem wichtig ist für das, äh, für den Geschmack dieses Cocktails, werden wir doch mal gucken. Da ist ein Schrank. Junger Herr, das sind unsere privaten Habseligkeiten. Alle Geräte sind angemeldet. Bitte verlassen Sie unsere Höhle. Grump hat es mir erlaubt. Menschlein, mach einen Cocktail für's Lauf. Tatsächlich? Oh. Was für eine entzückende Überraschung. Ich danke euch recht herzlich. Kein Problem, Dicker. Damit meint er dich? Ja, natürlich. Ähm, ja, ähm, gut. Dann haben wir jetzt wirklich die Erlaubnis. Sehr schön. Das scheint so eine Art Vorratsschrank zu sein. Ja? Schränke sind zum Reingucken da. Müsstest du doch wissen, Nate. Ein kleines, buntes Cocktail-Schirmchen. Oh, super. Wer hätte gedacht, dass es für so etwas in den wilden Landen einen Markt gibt? Ein kleines... Okay. Da sagt er das Gleiche zu. Was haben wir denn hier noch? Können wir uns denn jetzt generell hier umgucken? Ich hätte ein größeres Cocktailglas erwartet. Dieses hier hat menschliche Größe. Ob das reicht, um Zloff betrunken zu machen? Klar. Wenn der nicht viel verträgt. Ist ja purer Alkohol da drin, ne? Und wahrscheinlich haben die auch noch mal stärkeren Alkohol, so als wir, äh... Naja. Wobei, Alkohol ist Alkohol. Naja. Äh, ich versuche hier mal nicht zu fachsimpeln. Ich hab sowieso keine Ahnung. So, betrachtet den Sack. Ja, was ist denn drin? Nate, guck doch mal rein. Hm? Was ist da drin? Der Sack ist bis oben mit Äpfeln gefüllt. Hm. Boah. Sie sind alle feucht und angefault. Sie riechen schon vergoren. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Daraus können wir doch Alkohol machen. Dann haben wir Apfelschnapsel. Apfel, Apfelschnappes. Apfelschnapsel. Genau. Äh. Ja, sehr schön. Okay, alles klar. Äh, haben wir noch irgendwas? Der Schlauch. Wofür auch immer wir den brauchen. Ein Schlauchstück. Über einen Meter lang und alles andere als sauber. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wofür die Ogre es verwenden. Darmspiegelung. Keine Ahnung. Äh, auch nö. Mata, du und deine Fantasie. Ah, okay. Nimm das Schlauchstück, bitte Nate, bevor ich hier noch... Nee, äh, bach. Ih, das sieht auch irgendwie nicht lecker aus. Wollte ich nur mal so sagen. Sieht aus wie so ein Darm oder so. Bäh. Okay. Haben wir denn jetzt hier noch irgendwas? Das hier, das dürfen wir doch bestimmt dann mitnehmen, ne? Da ist doch bestimmt Alkohol drin. Da war mal Hochprozentiges drin. So viel ist klar, aber die Krüge sind alle leer. Ich muss woanders Alkohol finden. Ach so. Okay, ist leer. Äh. Keule? Haben wir die Keule schon mal betrachtet? Diese Keule ist fast anderthalb Meter lang und dürfte einen Zentner wiegen. So ein Ding möchte ich nicht auf den Kopf bekommen. Oder sonst wohin. Naja, du meinst wo in den Kopf. Ich meine, wenn du das Ding auf den Kopf kriegst, ist von deinem Kopf nicht mehr allzu viel übrig, Nate. Ich lasse sie hier. Vermutlich könnte ich sie nicht einmal anheben. Wollte gerade sagen. Ich lasse sie mal hier. Genau. So, ja, äh, ich würde sagen, wir, ähm, werden uns da mal um den Cocktail kümmern. Und ich habe auch schon eine Idee, wo wir die Äpfel gepresst kriegen. Denn in der Oga-Festung, wo wir irgendwie nicht hin können. Ach so, da müssen wir evanuell hingehen. Das ist ja doof. Hä? Halt, Nate, wo gehst du denn hin? Ja, okay, gehen wir wieder, gehen wir wieder hier hin. Was macht er denn? Kann sich auch nicht entscheiden. Genau. Zum Org-Lager. Ähm, da gibt es nämlich, da liegt doch diese Presse hier. Und die können wir doch mit den Äpfeln verwenden. Mit Sicherheit. Ich hoffe, wir haben einen, ähm, einen Behälter dafür. Aber dann können wir vielleicht auch direkt ins Cocktailglas schütten. Komisches Geräusch. Presse Äpfel aus. Halt du los. Mh, lecker. Vergorener Apfelsaft. Naja, ich muss ihn ja nicht trinken. Warum hat er das jetzt reingef... Ach so, wahrscheinlich... Ach so, das... Okay. Da war ein Gefäß bei bei der Presse. Ja, können wir das jetzt hier reinkippen? Alkohol ist noch nicht stark genug. Oh. Die Flaschen in der Höhle hatten 4X. Oh. Okay. Das heißt, wir müssen uns irgendwie was ausdenken, wie wir den Alkohol noch mehr gegoren kriegen. Vielleicht irgendwie in die Sonne stellen oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht könnte er jetzt... Rauchende Büffel soll man nicht stören. Ach, verdammt. Okay, der kann uns immer noch nicht helfen. Der ist immer noch nicht fertig mit Rauchen. Ähm... Tioa... Oh. Wo könnte man denn den Alkohol weiter vergären? Ähm... Haben wir denn hier noch irgendwas im Inventar, was uns da helfen kann? Ah, warte mal. Vielleicht können wir den auch auskochen. Wenn ich den Saft in den heißen Topf kippe, oder einfach alles verdampfen und ich wäre meinen Saft los. Hm. Okay, sehe ich einen. Sehe ich einen. Näh. Ähm... Ja, aber hier oben ist doch so ein Deckel drauf. Machen wir den mal wieder zuerst, oder was? Ah, wir müssen bestimmt eine Destillationsanlage bauen. Sitzt stramm. Was immer im Topf verdampft, kondensiert im Schlauch und wird durch ihn abgeleitet. Wunderbärchen. Ja, super. Oh nein, jetzt sage ich das auch schon. Ach ja. Okay. Na gut. Oh, super. Ah, da kommt was. Und... Fertig. Die Schüssel ist mit einer fast klaren Flüssigkeit gefüllt. Für einen Ogre-Cocktail dürfte der Alkohol noch nicht konzentriert genug sein. Aber ich kann ihn ja noch einmal destillieren. Mhm. Ja, dann los. Mach nochmal. Und nochmal. Dankeschön, dass wir nicht noch... Das sieht schon etwas besser aus. Dass wir nicht noch irgendwas anderes machen müssen. Gucken wir nochmal. Ja. Das sollte reichen. Ogerstärke. Yay. Wunderbar. Jetzt können wir das hier reinschütten. Das ist nur noch die aufwändige Verzierung. Genau. Oh. Hier. Zack. Hochprozentiger Alkohol und ein Cocktail-Schirmchen. Voila. Ein Ogre-Cocktail. Wundervoll. Ja, dann gehen wir doch direkt mal zurück zu den Ogern. Ich weiß übrigens gerade überhaupt nicht, wie lange die Folge wird. Ich würde sagen, wir machen das mit dem Cocktail hier gerade noch zu Ende. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Da, ne? So, dann bin ich ja mal gespannt, ob das unseren, äh, ich hab vergessen, wie er heißt, äh, aus den Latschenhaut. Ja. Hier habe ich einen Cocktail für dich, Zloff. Mit besten Grüßen von mir und Grump. Oh, danke. Oh, sehr klein. Moment. Ihr wollt mich austricksen, oder? Oh. Ihr wollt mich betrunken machen, damit ich nicht weiterlesen kann. Wer? Aber nee. Aber da habt ihr euch geschnitten. Ich werde immer nur winzige Schlucke nehmen. Dann werde ich nicht betrunken und kann weiterlesen. Mhm. Na, ich hoffe, das ist... Was? Ich bin blind. Oh, nein. Dann du fertig gelesen. Nein, ich... Beeindruckend. Ekelerregend, aber beeindruckend. Oh, nein. Grump immer noch Hunger. Was? Hunger. Grump muss jagen. Ja. Oh. Das... Bin ich aber gerade ein bisschen geschockt. Jetzt ist unser Slot... Slot... Sack... Wie heißt der? Ich weiß es nicht. Ist der jetzt wirklich blind? Ich lasse ihn lieber in Ruhe. Vielleicht nimmt er mir die Geschichte mit dem Cocktail übel. Oh, nein. Ja, und? Kann man jetzt... zum... Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Können wir ihn jetzt zum Jagen bewegen oder so? Und? Wie läuft's bei der Jagd? Hast du schon etwas gefangen? Noch nicht. Aber bei... Ja, das... Was merkst du denn? Alles. Aha. Alles. Ja, aber vom Rumstehen wird es auch nicht besser, ne? Dann muss er mal jetzt hier, ne? Ein bisschen rumlaufen und so, damit ich den Teller nehmen kann. Ich weiß nicht, ob ich ihn fragen sollte. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Könnte ich mir deinen Teller vielleicht mal ausleihen? Den brauchst du ja gerade nicht. Äh, äh. Warum nicht? Bald wieder essen. Grump, großer Jäger. Du bist höchstens ein dicker Jäger. Du würdest nicht den Unterschied zwischen einem Rebhuhn und einer Wildsau erkennen. Pfff. Oh, Mann. Ja, okay, okay, okay. Äh, dann... Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger! Können wir ja nur versuchen, ihn irgendwie abzulenken. Weil wir kommen ja jetzt hier nicht durch. Wir können ja jetzt hier irgendwie nicht weiter, ne? Och, Mann. Ey, das ist ja... Warte mal, Spalt. Aber nicht, dass wir ihn da reinschubsen müssen, oder? Der Spalt verjüngt sich nach ein paar Metern. Darunter ist dann allerdings der Abgrund. Wie gemein das wäre. Ich meine, der Grump hat uns doch nichts getan. Hm. Okay, wir müssen ihn irgendwie ablenken. Aber ich hab grad keine Ahnung, wie... Home... Dup, 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 dup. Ha! Ja, durch kommen wir auf jeden Fall nicht. Wenn wir jetzt weggehen, was passiert dann? Dann steht er immer noch da vorne rum. Wahrscheinlich. Wenn wir jetzt wieder hingehen. Ja. Schade. Ja, nee, wir müssen ihn irgendwie von hier weglocken. Okay, Leute, das machen wir dann aber in der nächsten Folge, denn die Folge hier ist jetzt zu Ende. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier noch ein bisschen aufgeräumt haben und endlich hoffentlich mal langsam diesen Teller an uns nehmen können. Und anschließend gucken wir mal nochmal in der Mine vorbei. Weil ich habe irgendwie so eine Ahnung, dass wir da vielleicht doch noch irgendwas mit dem Teddy machen können. Ich gucke da nochmal. Okay, ähm... Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Und bis dann. Ciao.